Moin Leute, kurze Info, Exploding Hamster hat die Wahl zum Konsol gewonnen bei The Game of Worm und wird heute Abend am Samstag, den 23.02. gegen 20 Uhr auf seinem Kanal den Stream beginnen. Ich hoffe ihr erscheint alle zahlreich, den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Also kommt vorbei, ich bin auch dabei und wir sehen uns dann heute Abend. Hau rein, ciao!